Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr ruhigen Video auf diesem Kanal. Heute rede ich über ein paar Themen, die nicht so dumm sind, also nicht so behindert sind. Heute möchte ich über das Video gestern reden. Also kein Video, aber es kam leider nicht raus. Ich kann das schon sagen warum. Es kam leider gestern nicht das Clash Royale Video raus. Okay, ich habe euch jetzt gespoilert, aber ihr kennt also die Leute, die bei mir Anfang an vorbei waren. Ich hatte eine Serie, die war Clash Royale. Die ist jetzt, ja gut, jeder kennt wahrscheinlich das Spiel und wenn nicht, das ist unser Spiel. Du spielst eben, du hast sowas Karten und musst gegen andere Spieler spielen. So, wieso das gestern nicht kam? Das kam gestern nicht, weil ich keine Zeit mehr hatte das hochzuladen und darum möchte ich mich jetzt erstmal entschuldigen. Weil das wollte ich eigentlich nicht bewirken, aber ja, es kam leider gestern nicht raus. Darum möchte ich mich erstmal entschuldigen an die Leute. So, und jetzt noch eine Sache. Ich möchte mich noch in ein paar Leute entschuldigen. Ihr wisst ja alle Bescheid, dass ich, ähm, na gut, nicht der beste Spieler auf der Welt bin. Aber irgendein Video, ich dachte jetzt nicht mehr, weil ich will jetzt auch keine Werbung für dieses Jemand, hat, also irgendeiner hat geschrieben, Alter, du bist der größte Nutzer, weil, Junge, ich muss nicht unbedingt den Skill haben, um spiel zu spielen. Ich spiel es, wenn ich spiel es, wenn ich spiel es will. Es ist doch egal, ob ich schlecht oder nicht schlecht bin. Das ist mir, eigentlich ist das mir vollkommen egal. Ich will einfach nur spielen. Ja, fangen wir mit dem nächsten Thema mal an. Okay, ähm, ich habe jetzt, ähm, auch, ich werde hier, glaube ich, eine andere Musik jetzt hier machen. Und ich möchte hier noch sagen, ähm, es tut mir nicht leid für die Leute, die, ähm, gestern auf dieses Video gewartet haben. Ähm, ja, darum muss ich mich erstmal entschuldigen. So, und, ja, jetzt kommt noch ein Thema. Und das ist jetzt mal ein bisschen ernst, ja. Ähm, ihr wisst ja, dass ich bald 100 Videos habe und bei meinen hundertsten Videos. Wer wird, ehrlich gesagt, ein sehr krasses Video kommen? Und ich möchte noch mal sagen, es wird bald, also bald wird vielleicht ein YouTube-Kanal rauskommen, wo ich Minecraft-Listplace, nicht auf dem Handy, genau auf der PS4 aufnehme. Und ich freue mich da auch schon ein bisschen, vielleicht eher auch. Ähm, der wird, glaube ich, Attikopati heißen. Und wenn er raus ist, sage ich natürlich sofort Bescheid, Leute. Ähm, ich hoffe, dann nur ein Mikrofon und dann wird das Video schon längst raus mit Minecraft. Also, bitte wundert euch da nicht. Es wird locker kommen. Und, ja, keine Angst, das kommt, das Video kommt locker, Leute. Also, die Minecraft-Listplace werden kommen. Ich freue mich schon wann. Und falls ihr, äh, ich fragte, hey, wie sollen das gehen? Und es sind eine etwas andere Methoden, die ich nutze, um das hinzukriegen. Okay, als ob ich jetzt hacken würde. Hacken tue ich natürlich nicht, als ob ich hacken würde. Und hier werde ich, glaube ich, nicht so viele Sachen einblenden. Warte mal, Leute. Okay, okay, ich mach's eben nicht. Ähm, oh, damn, Daniel. Ähm, ja, ich werde hier keine Copyright-Musik einblenden. Und, also, ein, äh, bauen, ja, wie gesagt, weil ich zeig das ja nicht mal. Ich werde einfach nur Musik auswählen und, ja, werde das eben dann nutzen. Und bis gleich, bis zum nächsten Thema. Okay, ja, vongemonen, ne? Also, ähm, ich möchte noch erwähnen. Ähm, ja, ich werde hier Musik einblenden. Habe ich schon längst gesagt, aber ich mach's einfach normal, weil ich geil bin. Ich beleuchte mich selbst. Okay, entschuldigung vor dieser Behindert-Theme. Ich weiß auch nicht, was mir da im Kopf gefallen ist. Ich bin einfach behindert. Ihr wisst ja, ihr wisst ja, wie ich lauub, Alter. Okay, fangen wir mal mit dem Behindersthema jetzt an. Das ist echt das dümmste Thema dieser Woche. Diese Woche vor allem, ja. Die Woche endet ja gleich. Oh! Alter, Leute, ich bin der größte Witzbold der gesamten Welt. Alter, ich, ich, ich. Weißt du, wenn ich eine Party mache, dann sieht das so aus. Alter, Alter, Alter. Ach, Mann, so eine Scheiße. So eine Gostige. Schiff dir die gleiche Kopfnuss. Ich klopfe ihn gleich kaputt. Komm runter.